Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Taschenheinse. Ich bin's persönlich. Mal wieder ein Songtext für die Ewigkeit. Keine Heimat von Herbert Grönemeyer aus 1988, erschienen auf dem Album Ö. Zu diesem Lied hätte es eine Alternative gegeben aus dem Jahre 1982, die Currywurst. Wir verbleiben aber mal bei Keine Heimat. Man sollte beachten, dass ein Lied aus 1988 mit diesem Inhalt möglicherweise ein bisschen die 60er und 70er im Vergleich heranzieht und deshalb die 80er Jahre nicht so gut wegkommen, weil sich eben alles, wirklich alles, beschleunigt hat und eine Werteveränderung stattgefunden hat, von den 60ern, 70ern hin zu den 80ern. Diese Veränderung der Werte ist bis heute zu erkennen. Das ist wahrscheinlich ein Ding der Geschichte, ein Ding der Evolution an sich, ein Ding des sich Weiterentwickelns. Daher ist aus meiner Sicht dieser Songtext für die Ewigkeit. Wie immer wer das Lied, die Lieder, die hier genannt worden sind, im Original nicht kennt, der möge sich auf seiner Plattform des Vertrauens erst einmal das Lied im Original anhören, um ein Gefühl für dieses Lied zu bekommen, ein Gefühl für den Text und auch ein Gefühl für die Zeit, in der er sich abgespielt hat. Eine Information vorab. Jemand, der jemals ein Herbert-Grönemeyer-Lied gehört hat und danach den Text liest, wird innerlich versuchen, so wie Herbert Grönemeyer zu klingen. Ich versuche das mal nicht zu tun, auch wenn es schwerfällt bei dem Text, bei einem Herbert-Grönemeyer-Lied. Strophe 1 Gesichter sehen verbittert aus, kein Lachen, kein ähnlicher Laut, die Minen gefroren. Vom Ehrgeiz getrieben, schmal der Mund, Züge verhärmt, ungesund, traurig, uniform. Zähne knirschen durch die Luft, irgendwer um Hilfe ruft, das Gehör ausgehängt, der Schere im Kopf, den Schneid geschenkt. Und dann kommt der Refrain, die Seele verhökert, alles sinnentleert, keine Heimat mehr, keine Heimat mehr. Nun, die Notizen, die ich mir dazu gemacht habe und wo ich denke, dass es immer noch zeitgemäß ist, Gesichter sehen verbittert aus, kein Lachen, kein ähnlicher Laut. Wer kennt das nicht, wenn er die Leute abends von der Arbeit nach Hause gehen sieht? Arbeitsleben, Routine, Stress von der Arbeit, die Reiserei, die manche Menschen auf sich nehmen. Vom Ehrgeiz getrieben, schmal der Mund. Ja, macht Arbeit nicht wirklich auch krank? Macht zu viel Arbeit nicht krank? Sind wir einfach zu sehr der Arbeit verpflichtet, um existieren zu können? Der Begriff Züge verhärmt, ungesund. Verhärmt wird übersetzt mit von Kummer und Leid gezeichnet, elend und kränklich aussehend. Wieder die Frage, ist es nicht wirklich möglich, dass Arbeit krank macht, wenn sie nicht innerlich zufrieden ist für einen selbst? Traurig, uniform, immer mehr, immer mehr Kompromisse? Nein, keine Kompromisse. Jeder sieht gleich aus, alle tragen sie das Gleiche. Alle Manager haben gefühlt den gleichen Schneider. Keine Individualität mehr, nur noch Konformität. Schade eigentlich. Zähne knirschen durch die Luft. Frust, aufgestaute Emotionen. Keine Möglichkeit mehr, die Emotionen rauszulassen, seinem Frust Luft zu machen. Irgendwer um Hilfe ruft, das Gehör ausgehängt. Ist das nicht der Ausdruck der Ignoranz hilfsbedürftiger Menschen gegenüber? Wer kann und wird denn noch irgendjemandem helfen, wenn er erkennt, dass er hilfsbedürftig ist? Das ist eine spannende Frage. Der Schere im Kopf dem Schneid geschenkt. Das ist ein Thema im Jahre 2022. Das hätte man 1988 nicht besser ausdrücken können. Wenn man mal so ein bisschen schaut, was das heißt. Der Schere im Kopf heißt so viel wie eine Selbstzensur walten lassen. Und der Schneid ist die Mut- und Tatkraft. Also man kann das so übersetzen. Durch Selbstzensur nicht mehr handeln, weil die Folgen des Handelns schlimmer scheinen als das Handeln selbst. Das spiegelt sich heute in der ganzen Gender-Debatte wieder. Das spiegelt sich heute im Jahre 2022 in dieser ganzen Debatte wieder, dass man ja keinem irgendwie auf die Füße tritt und schon gar nicht seine Meinung äußert und daraufhin sich selbst zensiert, obwohl wir eigentlich in einem Land leben sollten, in einer Gesellschaft leben sollten, wo es absolut möglich sein sollte, A, eine Meinung zu äußern, auch wenn sie ungefragt ist, und dass die Menschen B, so weit als Mensch erzogen und herangezogen worden sind, dass sie es verkraften können, sollte jemand eine Meinung äußern, die einem nicht gefällt. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen heutzutage. Strophe Nummer 2 Bankerschichten, Schweißgebadet, Geld, Freiheit, die nichts mehr zählt, dem falschen Traum vertraut, Scheine bewacht, Herzinfarkt, auf Körpern übernachtet und versagt, ausgelaugt, Blick zum Boden, kein Kontakt, die Schwächsten abgehakt, mit sich selbst unversöhnt, sich im Asyl gebeten, abgelehnt. Und damit er der Refrain, die Seele verhückert, alles sinnentleert, keine innere Heimat, keine Heimat mehr. Tja, Bankerschichten, Schweißgebadet, Geld. Das war in den 80ern mit Sicherheit der Verweis auf den immer schneller werdenden Aktienhandel, Online-Trading und all so ein Krimskrams. Da hat sich bis heute nichts geändert, außer dass die Aktionäre, beziehungsweise die Leute, die den Aktienhandel betreiben, vorm Rechner sitzen, anstatt, wie man es so noch kennt aus den Filmen von damals und den Reports von damals, auf irgendeinem Börsenparkett waren und haben irgendwelche Dinge hin und her gebrüllt, dass kein Außenstehender auch nur irgendwas verstanden hat. Aber die Angst, die Freiheit, die nichts mehr zählt, der Sklave des Geldes zu sein, die Angst ist immer noch da. Und viele Leute sind es auch immer noch, den Sklaven des Geldes, und wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dem falschen Traum vertraut. Wie oft hat man schon sich sagen hören, naja, wenn ich so und so viel Geld habe, wird das schon besser. Aber Geld löst die Probleme nicht. Im Gegenteil, bis zu einer gewissen Summe mag es funktionieren, aber darüber werden die Probleme größer. Eben weil man das Geld hat und die Angst größer ist, das Geld zu verlieren, welches man hat, anstatt zu erkennen, wie glücklich man sein kann, mit etwas weniger Geld. Das spiegelt sich aus meiner Sicht auch in der Textzeile Scheine bewacht, Herzinfarkt wieder. Diese große Verlustangst vor dem Verlust des Geldes spricht den materiellen Werten gegenüber der Hoffnung und der Wünsche nach menschlichen Kontakten. Auf Körpern übernachtet und versagt, ausgelaugt. Das spiegelt das wunderbar wieder. Es ist alles nur noch kurzfristig, es ist anonym, so wie es in den 80ern angefangen hat. Ich bin reich, noch nicht mal schön, aber ich bin reich und kann mich dir leisten. Ich kann mich dir als Trophie-Partner leisten. Und wenn du dich abgenutzt hast, hole ich mir halt einen neuen. Das ist zum Glück nicht mehr ganz so, weil heute bleiben die Leute von vornherein eher mal Single. Ein Blick zum Boden, kein Kontakt. Allein bin ich stark. Lass mich ja in Ruhe, aber allein bin ich halt nicht so stark, wie ich in der Gruppe wäre. Weil es sind ja meine Scheine, die ich bewache und kriege den Herzinfarkt. Und ich habe ja Angst auf das Geld, was ich verliere, weil ich immer noch der Meinung bin, ich könnte mir mit dem Geld alles kaufen, was ich will. Auch Freunde. Aber Freunde kauft man sich nicht mit Geld. Freunde bekommt man über persönliche Dinge. Die Schwächsten abgehakt. Tja, nur die starken gewinnen. Das war in den 80ern so eine Maxime. Ich bin der Beste, lass mich in Ruhe. Nur wenn du es nicht packst, bist du halt ein Versager und mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Das hat sich durch die ganzen Influencer im Internet, durch die ganzen TikTok-Stars und wie sie alle heißen, Stars und Sternchen, die haben die schnelle Mark gemacht, unbestritten. Aber Erfolg, Erfolg sollte was langfristiges sein. Es gibt diese Parallele, wo die Leute immer mehr sagen, die Musik war besser als die hässlichen Leute sie machen dürften. Siehe Freddie Mercury, eine wunderbare Stimme mit Queen und auch als Solo-Artist. Aber der Mann würde heute keine zwei Stunden mehr überleben mit dem Aussehen. Leider Gottes, aber eine klasse Stimme hat er gehabt. Was ist denn mit den ganzen DS Deutschland sucht den Superstar-Leuten, Stars und Sternchen? Von denen hört man irgendwie nicht mehr ganz so viel. Hm. Mit sich selbst und verhöhnt. Werte in Konflikt mit sich selbst, mit seiner Welt. Was sind denn die Werte, die die Leute damals hatten, beziehungsweise die sie heute haben? Ist das Geld der einzige Wert, den sie haben, weil sie der Meinung sind, sie könnten sich damit alle anderen Werte erkaufen? Sachwerte? Hiermit sind aber dann doch eher die inneren Werte, der innere Kompass gemeint. Ich meine, wenn man nicht mehr weiß, wo sein moralischer Kompass ist, weil man nur noch Geld, Geld, Geld irgendwie auf dem Zettel stehen hat, heute werden es Klicks, Klicks, Klicks und Likes, Likes, Likes. Was ist man bereit dafür zu tun? Wie weit kommt man, wenn man seinen moralischen Kompass außen vor lässt und möchte auf Teufel komm raus, in Anführungszeichen, erfolgreich sein und stellt dann irgendwann fest, dass man für sich selbst zu viele Dinge getan hat, die nicht gut waren? Jüngstes Beispiel, hoffentlich, möglicherweise, ist der Xavier Seppel Naidoo aus dem Rhein-Main-Gebiet, unten aus der Ecke, wo er jetzt mal wieder sagt, alles ist blöd. Vielleicht hat er seinen moralischen Kompass ein bisschen aus dem Auge verloren und war, im wahrsten Sinne des Wortes, mit sich selbst unversöhnt. Sich im Asyl gebeten, abgelehnt. Ja, man mag es kaum glauben. Auch damals gab es schon Flüchtlingswellen, wo die Staaten sagen mussten, es gibt berechtigte und nicht berechtigte Asylanträge. Und wenn es sogenannte damals Wirtschaftsflüchtige waren, dann hat man halt auch gesagt, nee, arbeiten kannst du auch da, wo du herkommst und glücklich werden kannst du da durch die Arbeit, die du da machen musst, auch. Das hat sich seit Europa, seit 1988, alles massiv gewandelt. Hier jetzt ein Fass über die Flüchtlingspolitik aufzumachen, das ginge ein wenig zu weit. Es ist nur die Tatsache, dass einige Menschen, die die Flucht auf sich nehmen, herb enttäuscht werden, wenn sie dann feststellen, dass sie eben in Europa oder sonst irgendwo ankommen, es eben kein rechtsfreier Raum ist. Belassen wir es dabei. Und da sind wir auch schon bei der dritten und letzten Strophe angelangt. Überreiztes Geschrei nach neuer Moral. Jagd nach Sensationen, jeder Preis wird bezahlt. Jeder gegen jeden, Hauptsache es knallt. Und dann noch einmal der Refrain. Die Seele verhückert, alles sinnentleert, keine innere Heimat, keine Heimat mehr. Überreiztes Geschrei nach neuer Moral. Das ist ja etwas, was gefühlt jeden Tag irgendjemand der Meinung ist, sagen zu müssen, dass doch die vorhandenen moralischen Einstellungen nicht mehr richtig sind und auch nach seinem Gutdünken bitte neu ausgerichtet wird, so dass er sich nicht angegriffen fühlt für irgendwas. Dass er als Einzelperson berücksichtigt wird. Und damit selbstverständlich dann immer, die Betonung liegt leider Gottes auf immer, alte Werte, etablierte Werte, möglicherweise gute Werte, über den Haufen geschmissen werden. Das ist sehr, sehr spannend, dass das 1988 schon so in einem Liedtext hinterlegt worden ist und im Jahre 2022 an Gültigkeit nicht zu übertreffen ist. Genauso Jagd nach Sensationen, jeder Preis wird bezahlt. Man muss sich überlegen, 1988 war die sogenannte Printpresse, das sind die Zeitungen am Zeitungsständer, am Zeitungsstand, die haben noch ungefähr 24 Stunden Vorlauf gehabt, bevor irgendwas in der Presse gedruckt worden ist, weil es eben kein Internet gab. Das, was damals mit Verkaufszahlen gemacht worden ist, sind heute die Klicks im Internet. Jeder Furz eines Z-Klasse-Prominenten wird zur Story hochgepusht. Hauptsache, man bekommt die Werbeeinnahmen von der Webseite. Und es ist unfassbar, was heutzutage eine sogenannte Story ist, wo die Leute der Meinung sind, das ist erwähnenswert. Da sollte man wissen, um aktuell zu sein. Dabei hat leider Gottes auch die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen so dermaßen gelitten, dass es natürlich nicht verwunderlich ist, dass jeder, der sich ein Newsfeed einrichtet, der alle fünf Minuten eine neue Nachricht mit 130 Zeichen bekommt, was in der Welt passiert ist, zwar einen gefühlten groben Überblick hat, aber der Vergleich zu einer Tapete ist nicht schlecht. Ja, die Tapete im Raum bedeckt erstmal die Wand, aber ich kann an jeder Ecke der Wand hingehen und kann mit dem Fingernagel die dünne Tapete abmachen und kann gucken, was dahinter ist. Nur, dass dahinter dann nichts mehr ist, weil die Leute kein Basis, kein Grundwissen, kein tiefer gehendes Wissen mehr haben, weil Gründe primär keine Zeit. Jeder gegen jeden, Hauptsache es knallt. Ja, da könnte man schon fast vermuten, wenn man jetzt ein Schelm wäre, dass natürlich die, die durch die Klicks Geld verdienen, natürlich auch immer wieder ein bisschen versuchen, Dinge anzuheizen. Da fühlt man sich so ein bisschen an zwei Ferengi-Erwerbsregeln erinnert. Die eine heißt, Krieg ist gut fürs Geschäft und die andere heißt, Frieden ist gut fürs Geschäft. Also ein Profiteur, egal welche Nachrichten da gemacht werden, den wird es immer geben. Ob es jetzt die einen sind und die anderen weniger oder ob es die anderen sind und die einen weniger, das ist in dem Moment egal. Hauptsache in der Presse sein, Hauptsache neue Nachrichten, Hauptsache ich werde auf meine Webseite geleitet oder in der Zeitung ist es ja nicht mehr und ich kriege durch meine Werbeeinnahmen Geld von irgendjemandem, der seine Privatsachen alle verkauft. Das stimmt damals. Jeder gegen jeden, Hauptsache es knallt. Das stimmt heute. Und das wird leider Gottes auch in der Zukunft stimmen. Herbert Grönemeyer, ein hervorragender Text, ein aus meiner Sicht extremst zeitloser Text. Es gibt noch so ein, zwei Texte von anderen Künstlern, die ebenso zeitlos sind, aber das aus 1988, das passt zur Figur Grönemeyer. Herbert Grönemeyer hat dieses Lied hervorragend betont. Musik passt, ich kann es nur jedem empfehlen. Hört es euch dort an, wo ihr der Meinung seid, das wäre die richtige Plattform. Und natürlich, wer die alte Platte von den Eltern zu Hause hat, hört es euch auf Platte an. oder CD, diese kleinen Silberscheiben, auch gut. Hauptsache ihr hört es. Bis zur nächsten Ausgabe. Habt euch wohl. Ich bin es persönlich, euer Taschenheinze. Musik Musik